Hallo, Sie interessieren sich für den Lehrgang Next Step? Schön, dass wir uns hier schon mal vorab treffen. Mein Name ist Katalin Walz und ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen. Mit diesem Video möchten wir Ihnen gerne die Inhalte und Ziele zu Next Step hier an unserem Standort in Landsberg vorstellen. Wir, die BIP Augsburg mit dem Standort Landsberg, sind an Ihrer Seite, um mit Ihnen Ihre beruflichen Perspektiven zu erarbeiten und unterstützen Sie aktiv bei Ihrer Stellensuche. Next Step bedeutet, Ihnen stehen zweimal wöchentlich, ganztags unsere Weiterbildungsseminare zur Verfügung. Dabei lernen Sie nicht nur individuelle Bewerbungsstrategien, sondern trainieren auch Ihre Vorstellungskompetenzen. Digital, persönlich und nach neuesten Erkenntnissen. Darüber hinaus bekommen Sie bei uns individuelle Einzelcoachings, damit Sie Ihre beruflichen Ziele einfacher und schneller erreichen. Mit Next Step bieten wir Ihnen aber noch weitere Highlights, die Sie beruflich nutzen können. Für Tätigkeiten im Lager- und Logistikbereich, Kenntnisvermittlung mit Erwerb des Flurfördermittelscheins, die Erweiterung der berufsbezogenen Deutschkenntnisse, Arbeitserprobung und Kenntnisvermittlung in Betrieben vor Ort. Schritt für Schritt entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre berufliche Zukunft. Dabei unterstützen wir Sie individuell und stellen Kontakte zu potenziellen Arbeitgebenden her. Wir sind an Ihrer Seite, damit Sie beruflich wieder durchstarten können. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie! Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie!